So, zurück meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video und wie ihr sehen könnt, habe ich schon wieder einen neuen Trockner, ein Gorenia D7B, das gute Stück habe ich geholt von Ebay Kleinanzeigen. Ja, ich habe mir die Beschreibung gelesen, da war beschrieben, dass das Ding ständig blinken würde und nicht funktionieren würde. Da dachte ich mir, okay, kein Problem, da kenne ich mich aus, habe das gute Stück geholt, zu Hause angeschlossen und musste leider feststellen, dass das Ding nicht so geblinkt hat, wie ich es erhofft hatte. Natürlich hat alles wie so kurzschlussmäßig geblinkt. Ich habe gedacht, es wird einfach eine Fehlermeldung blinken. Nein, leider nicht. Und als ich heute wieder das Ding anstellen wollte, funktioniert absolut gar nichts an diesem Ding. Das heißt, es lag an der Steuerplatine, die hat da irgendwo ein Defekt und jetzt ist die anscheinend komplett durchgebrannt. Das heißt, ich kann mit diesem Ding gar nichts mehr anfangen. Eine neue Steuerplatine wäre natürlich vorteilhaft, aber diese Dinger wurden wahrscheinlich oft gebaut, aber nicht oft verkauft. Das Ding ist von 2016 hergestellt. Derjenige hat mir gesagt, der hat 2018 gekauft für knapp 400 Euro das gute Stück. Ja, und jetzt habe ich es bei mir im Keller, aber natürlich super ist es, die Ersatzteile. Eventuell finde ich noch irgendwo mal so eine Platine, aber neu kostet die ca. 150 Euro. Und wenn man jetzt die ganzen Teile so zusammenrechnet, zahlt man für die ganzen Sachen über 1000 Euro für einen Trockner, der vielleicht mal hier zwischen 200 und 400 Euro kostet. Ja, schauen wir uns das Ganze genauer jetzt an. Ich würde euch auf jeden Fall dieses Gerät nicht empfehlen zu kaufen, weil das der letzte Schrott ist, meiner Meinung nach. Es sieht schick aus, hat aber nichts dahinter. Wenn wir das Ding hier anschauen, das ist einfach Kunststoff. Man kann hier keine Füllmenge sehen, man kann hier gar nichts sehen. Wir holen das Ding mal raus. Schauen wir mal, es gibt Anzeichen von Flusen. Jetzt schauen wir mal da rein und wir sehen, hier sind ordentlich Flusen hochgepumpt worden. Kein gutes Anzeichen. Und dann kommen wir zu dem Türmechanismus, zu diesem Schließmechanismus. Da muss man einfach draufdrücken und die Tür geht auf. Und das ist einfach nur Blödsinn bei diesem Trockner, weil, wenn die Tür zu ist und man vorbeiläuft oder sonst irgendwas, man muss nur kurz dagegen drücken und das Ding geht aus. Also, das ist Schwachsinn. Lieber eine Tür, wo man richtig kräftig ziehen muss, dass die aufgeht, aber nicht sowas. Das ist Blödsinn. Dann haben wir den Flusensieb natürlich in der Tür eingebaut. Wir können mal das Ding anschauen. Ja, und wir sehen, hier sind ordentlich Flusen durchgekommen. Die haben natürlich gedacht, okay, dann bauen wir hier nochmal sowas hier hin. Aber das ist Schwachsinn. Das Ding ist umständlich abzubauen, weil hier unten drunter sitzt der Wärmepfühler. Der muss auch ab und zu mal gereinigt werden. Ja, das Ding ist hier Blödsinn. Entweder engmaschiger oder gar nicht. Ja, da haben wir natürlich hier den Flusen, den machen wir mal raus. Der sieht an sich sehr gut aus. Nicht kaputt, nicht zerrissen. Aber wir sehen, wie viele Flusen durchkommen. Das Ding, da kann man nicht sagen, dass das Ding jetzt 90% der Flusen aufhält. Nein, das Ding hält vielleicht 50% oder 30% der Flusen auf. Der Rest landet da drinnen. Das wird hier durch, dann ab in den Kondensator. Und ich will nicht wissen, wie der Kondensator aussieht. Weil wenn hier so viele Flusen sind, dann ist der Kondensator auch für die Katze. So, das ist natürlich super gemacht. Man muss einmal draufdrücken, das Ding geht auf. So, schauen wir mal rein. So, 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 mein Lieber. Ach, Kondensator, komm mal her. So, wir können mal da reinschauen. Und wir sehen, das Ding wurde anscheinend auch noch nie gereinigt. Ich verstehe das nicht, wieso die Leute die Dinger nicht reinigen. Also, man kann hier durchschauen. Hier sieht, doch, das wurde anscheinend mal gereinigt. Aber hier wurde es nicht gereinigt. Und das Ding pustet ganz schön viele Flusen durch. So, gucken wir, wie es da aussieht. Ui, ui, ui. Ja, also, ich kann euch sagen, Leute, dieses Gerät würde ich euch auf keinen Fall empfehlen. Das ist der letzte Schrott, was die gebaut haben. Und ich denke mal, ich werde das Ding auch nicht, ja, weiterverkaufen, weil die Leute werden damit auf jeden Fall nicht glücklich. Hier, das haben wir schon mal, das haben wir, das haben wir. Also, das ist ein Flusenspucker. Mit dem kann man nichts anfangen. Ja, und das Ding steckt auf jeden Fall jetzt im Strom. Und wir sehen keine Reaktion. Es tut sich absolut nichts. Und da müssen wir mal rausfinden, woran. Ich weiß schon, dass es eigentlich an der Elektrik liegt, aber wir machen den trotzdem mal auf, um zu sehen, wie er jetzt innen drin aussieht. Weil, wenn der innen drin noch mehr Flusen hat, dann sieht es auch doof aus. Aber das mag ich überhaupt nicht an diesen Trocknern, dass die hier so, dass mit der Tür, es gibt welche Wasserbehälter hier. Das finde ich super, aber Dings finde ich nicht super, dass da der Flusensieb da drin ist. Hier ist zwar eine Vorrichtung, damit es auch nochmal ein bisschen aufgehalten wird, aber das Ding hilft absolut nichts. Und wenn du dann an den Sensor ran willst, an den Wärmefühler, kommst du nicht an. Du musst erst mal das Ding verdammt nochmal abbauen. Und ich hatte schon mal so einen Fall gehabt. Sobald man versucht, das Ding abzubauen, gehen die Dinger immer kaputt. Die gehen kaputt. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehabt. Oder ihr habt das wahrscheinlich gar nicht aufgemacht. Ja, aber bei mir sind die immer kaputt gegangen. Deswegen lasse ich die Finger von diesen Dingern. Ja, was soll ich sagen? Jetzt haben wir das gute Stück natürlich geholt. Und ich sitze auf den Entsorgungskosten. Ich habe gedacht, ich kriege das Ding hin, aber es wird eigentlich eine Reparatur wert zu teuer. Und an der Platine rumlöten will ich auch nicht. Weil da kann man mehr kaputt machen als reparieren. Deswegen muss ich das Ding als Ersatzteillager nehmen. Wir werden natürlich einiges davon nehmen. Wie zum Beispiel das Bedienelement. Weil bei vielen geht zum Beispiel der Startknopf kaputt. Oder irgendein anderer Knopf, weil die Gott weiß wie fest drauf hauen. Ja, und Tür weiß ich nicht. Die kommt weg, die brauche ich nicht. Der Kondensator ist auf jeden Fall super. Den kann man nochmal ordentlich reinigen. Und falls wir in so eine ähnliche haben, weil da ist meistens der Kondensator immer gleich. Den kann man immer wieder verwenden. Der Deckel, diesen Deckel hier kann man super verwenden. Schließklappe. Oder hier den Schließmechanismus. Weil der geht wahrscheinlich bei vielen auch kaputt. So was darf man nicht vergessen. Deswegen so die Kleinigkeiten machen das aus. Ja, wir machen das gute Stück mal jetzt auf und gucken mal rein, wie es innen drin aussieht. So, wir haben schon mal das Ganze hier aufgemacht, um reinzuschauen, wie es hier innen drin aussieht. Hier sieht es einigermaßen sauber aus. Aber man kann sehen, hier sind Flusen. Viele Flusen, aber halb so wild. Es geht ja um die Platine. Ich habe die mir so grob angeschaut. Von der Seite ist auf jeden Fall nichts defekt. Alle Chips sind in bester Ordnung. Jetzt geht es darum, dass ich von unten nochmal die ganzen Sachen anschaue. Und da wird wahrscheinlich irgendwo ein Defekt sein. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ja, also das Einzige, was ich sagen kann. Ich empfehle euch diese Maschine auf jeden Fall nicht. Sieht schick aus, ist aber für die Katze. Allein von der ganzen Struktur halt. Was mir sehr gefällt, ist zum Beispiel die Trommel hier. Die ist super stabil. Und die eignet sich super gut als ein Feuerkorb. Wir haben ja da oben schon ein Feuerkörbchen stehen. Das war von der hier, von der Wärmepump. Das muss noch weg. Die wird noch gemacht. Da bin ich auf der Suche nach einer neuen Platine. Und bei der weiß ich nicht. Ich denke mal, die wird als Ersatzteillager dienen. Anders kann ich mir da nicht helfen. Ja, somit sage ich, Leute, ciao Kakao. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesem Saustift hält. Takk宇本当. Ja.